Jetzt habe ich hier den Dokia, Trainer und Manager von Labinau. Erstmal, wie geht es dir jetzt so nach dem Kampf? Ja, mir geht es ganz gut. Ich soll ihn versetzen. Ich soll ihn versetzen. Okay, also wie geht es ihm nach dem Kampf? Ja, ich soll ihn nach dem Kampf kommen. Wir haben nicht mit dem Kampf zufrieden. Aber ich habe so lange Pause gehabt. Und nach dieser langen Pause merkt man einfach diesen Ringrost. Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Außer, dass ich nicht mit dem Kampf zufrieden bin. Ja, aber wenn man es so sieht, ich habe so lange Pause gehabt. Und nach dieser langen Pause merkt man einfach diesen Ringrost. Und du als Trainer jetzt, wie siehst du den Kampf? Also ehrlich gesagt, ich bin zufrieden. Ich habe so einen starken Kampf erwartet. Und ich habe ja auch gewusst, dass der Savic nicht zum Verlieren kommt. Sondern er will Gas geben im Ring. Und das hat er ja auch getan. Und wir haben uns ja diesen Weg ausgesucht. Wir wollten ja die großen Kämpfe haben. Und die haben wir jetzt dementsprechend bekommen. Ja, sehr schön. Und wie geht es jetzt weiter? Also wir werden weiterhin arbeiten. Und uns erwartet noch ganz viel. Wir werden weiterhin hart arbeiten. Und wir wollen auf jeden Fall ein Rematch gegen Savic. Oh, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Und sind ja auch noch gespannt, vor allem auch, was noch von euch dann zu hören ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Danke. Ja. Danke. 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 Danke.